Hey Leute, hier sind Black Sanji und der Typ neben mir. Ja, wer soll natürlich anders sein als sie betreiben, ich kann halt wohl ein bisschen empfehlen. Wir sehen jetzt Street Fighter vs. Black. Wir haben zwar bisher nur noch an den 20 Abonnenten, aber versuchen gerade auf der Gamestore unseren großen Bereich. Was heißt Comeback? Genau, wir sehen Franzose gegen Japaner, ich bin für Japaner. Ich bin für Japaner, aber ich sehe das einleitend. Und wir bleiben auf dem Fahren, die die Muckis irgendwie und sagen weiter im Fitnessstudio dafür. Ey, Black 50! Hallo, die Frauen kriegt recht und man weiß doch, dass man keine Frauen schlägt. Ja, klar, keiner heißt das. Ja! Ja, guck mal, jetzt gibt's ihn, gibt's ihn. Wenn man Asiaten schlägt, erscheint das gut. Das habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Oh, die Muckis mit ganz wenig Leben. Was ist das denn? Ja, das ist klar, ja. Das ging aber auch ein bisschen anders. Das ist einfach so ein schönes Bandschidsgesicht. Also, da kam er nach der Achtung. Los, die Hudi! Wenn man mit die Hudi auch mal beachtet, wenn man nicht mal weiß, warum kommt ihr den Zopf vor allem? Ja, du bist zum Arsch runter. Ey, das ist die Stimme, ich bin voll am Fenster. Da bin ich wieder drin. Ja, was heißt die Namen? Guckt ihr den Franzosen da an? Abel! Abel! Ich hab gedacht, der wurde damals auf den Berg gehofft. Ja, das war die auch oft. Ja, das war die auch oft. Ja, das war die auch oft. Ey, komm, ey, was macht ihr? Ja, da kommen Reise-Runde. Kommt ja, schön. Wenn uns das eigentlich nicht machen... AAAAAAAH! Ich steh den da ja nur! Okay, der hat keine Eier. Das nehme ich mal schön. Aber guck mal, was war denn? Da steht sie da im Rücken. Ja, komm, schlägt mich. Ja, ja. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Ja, du von Michael Jackson. Ich geh da also rümpfen, ja. Gerade von Michael Jackson. Und da hätte er schon wieder irgendein Kingsack aufgefasst. Ja, er hatte die Ohren von denen. Ja, das ist eine Spitze. Plastische Regiere, wie das grüßen kann man nur sagen. Ich will jetzt nicht noch mal Abel ziehen. Okay. AAAAAH! 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 Du hast es rausgezogen, Dorfe! So. Mein Partner hat das Mikro rausgezogen. Ja, wir sind Haken gegen Abel. Was ist das denn für ein Strip-Di-Satan, oder? Oh, oh, oh. Okay, der Franzosen. Alter, nein. Okay, oh Gott, oh Gott, komm, ich höre noch. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Boah, als wäre der Männer toll für ein Spiel geworden. Ich weiß nicht, was hat das mit dem Wieses gemacht? Das ist ganz schön, der Sonne. Boah, ich hätte den mit 10 Einzahlen. Boah, ich fang ihn um 10 Sekunden. Ich frage mich auch, wie ich den ganzen auf dem Haufen, auf dem Borsch im Rollenskuhl laufen könnte. Ich weiß nicht. Du musst doch wirklich zuhören. Ja, damit er gewinnen kann. Guck mal, was ist der Muskel? Siehst du das nicht? Der schießt immer unter die Gürteläne. Das ist... Ja, trotzdem haben wir uns los. Unter die Gürteläne. Ja, war die Gürteläne, sagst du's doch. Ja, guck mal hier, der Hakan, schöner Maler. Und... Ja, ja. Nein, wir haben Eier. Ja, wir haben Eier. Guck mal, was ist das? Ja, wir haben Eier. Das ist ein Zardauken. Ja, lange geht das ja nicht. Ja, ein schöner Maler. Ey, komm, ich geh jetzt irgendwie umklammern. Oder so was? Ach so, ich bin mir gegründet. Ich wette, kann doch ein bisschen Kusswort. Ich bin zu mir stecken, alle. Ich guckte dem Dönerfleisch. Das ist... Da haben wir die Gürteläne. Ja, ich hab ihn an die Eier. Sechsler. Achtet, achtet mal herauf. Achtet drauf. Jedes Mal in die Kröten. Ja, die Gegner sind doch alle geklaut. Die bewegen sich nicht und wir haben keinen Arme geschlagen. Tut mir leid, aber ich hab keine Ahnung von Öl. Warum du fragst du? Ja, logisch, hast du keine Ahnung von Öl. Du hast genauso wenig... Ja, Sattel... Man muss ihn aber eingestehen. Sattel hatte noch weniger Ahnung von so... Also so gut wie der Wahle. Ich weiß, wie lange er sich gesompt haben muss. Ah ja, weiß ich nicht. Jungen Katastrophen. Der ist so geil, Alter. Der ist so geil, der ist so geil. Der hat dann unter Feuer, Spucken und Raffi gerissen. Und... Wie der Aue ist sie... Ja, in der Tatubi-Rafels. Ja, guck mal wie geil es aussieht. Oh ja, schön, drei Toten, schön. Da hast du die Hälfte rausgerissen. Guck mal, wie geil es aussieht. Erstmal hat er überhaupt kein Fett. Warum ist das die Dinger? Alter, wie... Gumm Gumm. Was ist das? Los, Teil den Bitter. Es ist jetzt unser erinnerst, dass es jeder Video so strecken kann. Der ist sogar blieb. Nein, nur. Reier in die Eier. Der ist noch. Der ist ein bisschen zu. Hier lenke ich los. Ah! Das ist doch schön. Super, sehen wir abends das Punkt. Wie das oder wie es geht? Lurekis! 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 Oh! Ja! Ja! Endlich, Leute! Endlich, Leute! Dann nehmen wir die Klo ab. Ja! Ja! Diese Arme! Das kann doch nicht sein. Der hat sich wieder aufgeladen. Was? Der Arme, der hat sich wieder aufgeladen. Wie schnöse ich denn da oben? Ja! Ja, der braucht jetzt so wieder aufgeladen. Komm, ihr habt ihn. Komm, 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 komm! Das ist doch schön, Leute, hier! Ja, das ist doch schön, Leute, hier! Ja, das ist doch schön. Der springt mich selbst. Das war ja auch. Ich spuck ihn noch ein bisschen für das Schiff. Ey, machen wir eine alte Bildung. Wir verbrennen wie die Hexe. Oh, nein, nein, nein! Nicht die Hexe verbrennt. Er legt einfach an seinen Fuß und zieht den Stein. Wenn er wieder aufgeladen ist, und der Hexe will nicht, dann haben wir der Welt vertreten. Ich glaube, das Spiel ist rassistisch. Das heißt, wir haben nur den Franzosen gerecht. Ja, komm! Schöne Tiefrecken, schöne Tiefrecken. Der Arme, der hat da unten eh nix. Der ist einfach draufkühlen. Nein, nein, nein! Warum jetzt sind wir an Boden? Ich hab gesagt, dieses Ball... Der hat immer gebrochen. Ja, jetzt, ja! Sehr schön! Damit die Jungs schütteln. Ja, ja, das ist ihm immer einen Schritt voraus, das gefällt mir. Der hat das Kondom-Attacken ein, der ist viel stärker. Nein! Dieser Franzosen-Spiel wird direkt in den Tritt! Jetzt mal so, guck mal! Ja, ja, guck mal! Hau ihn wieder, hau ihn wieder! Nein, 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 nein! Hau ihn die Käserfüße! Los, hau ihn die Blossefüße! Nein! Das ist eindeutig gescheitert! Ein trauriger Tag der Geschichte Frankreich. So eine...